Mein Name ist Holger Adelmann. Ich leite die DIA-Organisation in Europa, im Mittel-Osten und Afrika seit knapp einem Jahr. Ich bin Mediziner von Haus aus, aber auch Patient gewesen, kann mich also auch in diese Seite einfühlen. Nach einer klinischen Tätigkeit und 25 Jahren in der pharmazeutischen Industrie habe ich die DIA gewählt als globale Organisation, um einfach auch dort ein bisschen die Patientenseite voranzubringen.